Sicherheit mit Xenon hat mehrere Aspekte, zum Beispiel Ausfallsicherheit, Bediensicherheit, Schutz vor unerlaubtem Zugriff und Manipulation. Im Bereich Schutz vor unerlaubtem Zugriff und Manipulation sehen wir uns das Thema Passwortschutz genauer an. Die Benutzerverwaltung ist einerseits im Xenon-Editor parametrierbar. Zusätzlich stehen aber auch in der Xenon-Runtime sämtliche Möglichkeiten zur Verfügung. Active Directory kann übrigens voll in Xenon integriert werden. Legen wir im Editor einen neuen Benutzer an, vergeben Benutzernamen und Passwort und weisen ihm die erforderlichen Passwortebenen zu. Jedem Element in Xenon kann nämlich eine Passwortebene zugewiesen und kann damit individuell geschützt werden. Sehen wir uns das am Beispiel eines Buttons auf einem Prozessbild an. Diesem kann eines der 128 Passwort-Levels zugewiesen werden und ist dann nur für Benutzer bedienbar, die diese Berechtigungsebene haben. Das macht sie wirklich flexibel. Sehen wir uns das Projekt noch kurz in der Xenon-Runtime an. Wir loggen uns ein, um das System benutzen zu können. In diesem System ist für bestimmte Aktionen eine erneute Authentifizierung definiert, beispielsweise bei Änderung dieses Temperatur-Sollwerts. Somit kann verhindert werden, dass kritische Änderungen vorgenommen werden können, wenn der Bediener eingeloggt, aber gerade nicht am Platz ist. Die Benutzerverwaltung kann auch direkt in der Runtime administriert werden. Ein einfaches Beispiel dafür, in der Runtime das Passwort ändern. Sicherheit bedeutet natürlich noch viel mehr als Benutzerverwaltung. In Xenon ist das auch Zertifizierung für Windows Vista und Windows 7 Volle Active Directory Unterstützung Stoßfreie Redundanz im Netzwerk Lückenlose Änderungshistorie Verschlüsselung der Netzwerkkommunikation Konformität zu FDA 21 CFA Part 11 und vieles mehr. Kontaktieren Sie uns und wir zeigen Ihnen gerne, wie Sie mit Xenon sichere HMI- und SCADA-Anwendungen realisieren.